Der ist jetzt heiß. Alexander Steiner mit dem BMW M5 kommt er hier her zum. Alexander Steiner in der Gasse S2. Die Serienwagen über 2.500 Kilometer. Gibt es hier zu verteidigen. Seinen Platz, den er bereits erfahren und verfristet hat. Und ich habe gleich noch ein bisschen wunderschönen. Und sie sind heute. Gibt es da noch mal wieder. Sie werden eine kleine Sonne. Da gibt es ja die Tiefenbote. Ich darf nicht. So kannst du die heiße Tür von Roder Tennis. Nutzend. Und so wird es zu sagen, das wissen wir von Roder Tennis. Und jetzt sind sie 1.04.13. Schöner wäre er. Schöner wäre er.